Charlie Croker ist der größte Immobilienmagnat Atlantas. Das Problem ist nur, er ist so gut wie pleite. Gott verflucht, was läuft hier? Mr. Croker, die Party ist vorbei. Sie wollen unbedingt schießen? Dann hoffen wir mal, dass Sie treffen. Nichts kann mich töten. Ich habe Vieh! Ich glaube, Sie haben keine Ahnung, mit wem Sie hier reden. Ich rede mit einem Scheißkerl. Charlie ist widerlich. Seine Schulden könnten deine Schulden sein. Ich werde deinen Ex-Mann nicht nur zu Fall bringen, ich werde ihn verschlingen. Lasst uns essen! Was ist meine Berufung? Charlie Croker halbwegs im Zaum zu halten? Da Sie mein Anwalt sind, werden Sie diese Uhrentöhne zurückficken. Was du da vorhast, ist einfach widerlich. Nimm deine Hand weg oder ich steche mit meiner Kabel zu. Glauben Sie, ich könnte es mit ihm aufnehmen? Wie bitte? Ein Croker. Hätte ich eine Chance gegen ihn? Ist das wichtig? Ja. Es ist ein Geschenk, wenn Menschen versuchen, dich zu Fall zu bringen. Ich bin härter im Nehmen als hier alle zusammen. Es wäre uner von mir, Sie mit einem so viel Schwächeren anzulegen. Wie bitte? Ich hatte Einblick in Ihre Krankenakte. Sie sind ja ein richtiges Feichei. Es ist ein Geschenk, aber ist ein Geschenk, det hier stora centered. W unlike ein Een Malmach Highway reich? 100 � מט� 0802 & 1989 0802 & 1989 0806 0603 08003 0 Overwatch 3 0 stukks 13 Untertitelung des ZDF, 2020